hey freunde fragen stock wieder hier schön dass ihr dabei seid ja auch für alle neuen bleibt auf diesem kanal weil ich bin seit über 20 jahren duft junkie könnte man schon sagen und ich präsentiere euch hier jeden tag fast jeden tag neue dürfte alte dürfte die vintage dürfte die man vergessen hat und so weiter und so fort ich würde mich natürlich freuen wenn ihr hierbleiben würdet so und jetzt kommt mein lieblingsformat wieder und auch euer liebnisformat und zwar meine dürfte der woche vorweg möchte ich mich aber noch mal herzlich bedanken weil ich bin hier schon ein bisschen über für die 2000 abonnenten jetzt sind wir schon bei 2060 es geht auf jeden fall weiter nach oben vielen dank respekt so hört sich das und ihr seid hier auf dem besten kanal was dürfte auf jeden fall angeht und ja ich werde so weitermachen und so weiter und so fort es wird den nächsten noch ein gewinnspiel geben und ja bleibt auf jeden fall dran so ich fange gleich mal mit montag an montag habe ich ein bisschen sport gemacht dann bin ich noch spazieren gegangen und welchen duft konnte man da am besten tragen auf jeden fall tabak warum tabak man tabak man trage ich weil es ein barbershop duft ist und einfach frisch ist frisch und wieder mal frisch ja er ist wirklich sehr sehr nice hier liegt die betonung auch auf nice weil richtig also nach der frischen rasur frisch after chef wollte ich gerade sagen nein rasier schaum und das ein bisschen schön würzig richtig geil und der duft ist nicht teuer ich werde die dürfte so gut wie es geht unten in meiner beschreibung verlinken schaut doch mal rein ich hoffe auch dass ich die guten preise bekommen ja sehr sehr geil da muss man nicht mehr so sagen barbershop durfte wer das mag muss hier zuschlagen so dienstag habe ich ein sexy duft getragen ich habe auch gleich ein kompliment bekommen und es ist wahnsinn viele sagen ja weil sie so viel auf andere hören im internet bzw auf youtube oder was weiß ich wo dass dieser duft nicht mehr lange hält die 2018 version 19 version ist wieder top geht glaube ich auch in die 20 version rein in der duft hält bei mir sieben stunden die version die ich jetzt gleich zeige und die 2009 10 9 stunden so und hätte er keine ausstrahlung wie so viele schlaumeier meinen ich rede jetzt nicht von euch so dann würde ich kein kompliment dafür bekommen ist doch klar oder und es ist corona so das heißt ich stand nicht so vor jemanden oder vor der dame so ich rede von salon lagen in den augen so das ist die 2018 version die habe ich getragen und ich habe nach fünf stunden ein kompliment bekommen so leute ich erzähle jedoch kein mist hauptsache irgendwie keine ahnung das unten zu verlinken und dafür geld zu bekommen nein ich sage das was will ist hier ich will euch die besten dürfte vorstellen so dieser durch 2 18 version jedenfalls natürlich vorweg jede haut ist anders ihr müsst aber auch auf die klamotten aber zum beispiel so nicht nur auf die haut habe ich auch schon videos so gemacht dieser duft hält sieben stunden hat eine gute ausschauen der 219 version die in die 2 das sind 220 reingeht die version hält neun stunden an mir ok muss nicht bei jedem so sein aber dass sie nach einer stunde weg ist ist quatsch redet nicht unbedingt das nach was andere sagen so gibt dem man eine chance und kommt auf an wenn ihr natürlich den ganzen tag euch voll geballert hat oder mit einem anderen und sprüht denn den auf den richtigen so und so nicht mehr da kommt übrigens auch noch mal ein video zu wenn die nase zu viel hat sexy duft sehr geil muss ich nicht mehr zu viel zu sagen lernen genommen von ist so mittwoch habe ich den man in red getragen von ferrari ferrari nicht mehr so leicht zu bekommen ich hoffe ich bekomme noch für euch und ja wer auf süße dürfte steht da kann hier zuschlagen er hat nicht wirklich ein duft finden finde ich oder ich komme da nicht drauf hier ist ja hier ist ein bisschen schwer hier die inhaltsstoffe ferrari auf jeden fall ist das süß gefällt mir nicht penetrant süß ein bisschen ist das vielleicht plastik mäßig aber er gefällt mir hält seine sechs bis sieben stunden ist nicht teuer müsst ihr mal gucken oder wenn ich ihn jetzt nicht finden müsste immer gucken ob ihr empfindet er gefällt mir gehört nicht für den essenzen reihe glaube ich hier heißen er ist ja sie habe ich auch diese noch ein bisschen besser aber das ist glaube ich auch nicht unbedingt an drogeriet duft gewesen für jetzt nichts falsches sagen jedenfalls habe ich ihn nie gesehen sehr sehr gut man in red wäre ein so süßen nicht so teuren duft haben möchte der nur ein bisschen so für paar stunden rausgehen und so ist dieser duft wirklich gut so donnerstag jetzt kommt ein duft den habe ich noch nie vorgestellt donnerstag ja er heißt aqua di parisi die firma das ist müssen ja nachgemacht von aqua di parma die flakons auch ähnlich und ich rede hier vom black out dieser duft ich habe mich für 20 euro bekommen für steht nicht darauf 100 das ist eine qualität von aller feinsten das ist ein zwilling von blackout von montal der ist noch ein bisschen der hat mehr power der blackout von montal so aber der hat ja auch power so die rose und das ist hier so gut gemacht da ist nicht synthetisch nicht billig der riecht wahnsinnig geil und das für einen preis ich hoffe dass ich ihn auch für euch für diesen preis unten verlinken kann also mir gefällt er weg den kriegt er in einer schatulle auch wie bei aqua di parma schön reingelegt wow also ich kann da nichts und den duft also du ihr werter wahrgenommen das ist schon das ist eben ein du duft nicht stechen schon wirklich genial gemacht wirklich genial gemacht gefällt mir wirklich gut so dann er mutter dieser mittwoch donnerstag freitag und samstag habe ich ein duft getragen die zwei tage und zwar versace eros ich hatte einfach mal bock auf diesen duft ja was soll ich zu dem duft sagen den hatte ich ja letztens erst vorgestellt ein süßer starker man könnte auch penetranter duft sagen wandelte ist schon sehr süß sehr stark aber die ladies mögen ihn man kommt gut an man fällt auf das ist natürlich die alte version das heute toilet ich weiß nicht ob der reformiert worden ist man munke man munke das ist die erste und deswegen ist er sehr stark ich hoffe hier das ist 100 ml könnt ihr das sehen ich werde das aufbewahren es ist zum mäuse melken um das nett auszudrücken was die reformulierung angeht es wird immer perverser muss man schon sagen es ist wirklich hart und naja noch habe ich ihn und ich hoffe dass er nicht reformiert ist vielleicht war das wieder nur ein gesappelt wie bei zino da wieder auf und so weiter immer reformiert denn doch nicht dann reformiert denn von marken haben denn doch nicht vom markt genommen ok zino wurde natürlich reformiert das war jetzt nur ein beispiel auf jeden fall ja zwei tage versace eros richtig top sonntag habe ich einen duft getragen da einfach auffällt er ist süß das nennt man noch also der ist fast noch penetranter obwohl ich ihn irgendwann gar nicht mehr so doll wahrnehmen aber andere und zwar rede ich von store video intensiv das ist ein duft ich den jetzt hier sprühen ein sprüher reicht süß absolut süß toffee ist hier drin ja das sagt ja schon alles toffee vanille vanille glaube ich ja ich sage ja bei diesem format hier jetzt nicht unbedingt die was da drin ist weil es geht ja nur um die dürfte die ich getragen haben die man sehr gut tragen kann das macht dieses format natürlich auch so beliebt weil bei anderen sage ich ja schon oft was drin ist und so weiter und so fort und selbst wenn ich es ist auch nicht immer so schlimm auf jeden fall das ist ein sehr sehr guter duft sehr sehr guter duft gefällt mir obwohl er wirklich penetrant süß ist sehr aber ich habe mir schon mal vorgestellt stronger video passt auf jeden fall wenn es sehr sehr kalt ist an den tag war es nicht so kalt aber ja ihr könnt ihr trotzdem tragen das war meine dürfte der woche wieder ich hoffe euch hat das gefallen wie gesagt ich werde dieses wert dieses ich werde diese dürfte unten in meiner linken so gut wie es geht verlinken das schaut mal rein und dann bleibt gesund ja jetzt wird bei dich gemacht ja bleibt gesund ich sagte nicht dazu und wir sehen uns beim nächsten mal wieder flaggenstock